Und wie ist die militärische Lage einzuschätzen? Darüber spreche ich jetzt mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend nach Berlin. Hallo, guten Abend. Es heißt immer, Russland könne diesen Krieg nicht gewinnen. Ist das so? Oder machen sich die Ukraine und der Westen da was vor? Nein, wir sehen ja seit 10 Monaten, dass Russland immer weniger militärische Optionen hat. Das Beschießen der zivilen Infrastruktur ist ja eigentlich ein Ausdruck davon, dass man keine militärischen Optionen tatsächlich mehr hat, um an der Front und auf dem Gefechtsfeld nach vorne zu kommen. Sodass man sich andere Mittel sucht, um hier Erfolge zu erzielen. Erfolge, die auch wichtig sind zu Hause für Putin, weil er eben militärisch nichts vorzuweisen hat. In dieser Nacht hat es wieder heftige Angriffe gegeben. Offenbar mit iranischen Drohnen. Da zeichnet sich so eine Art Militärpartnerschaft ab zwischen den Regimen in Moskau und Teheran. Wie gefährlich ist das? Natürlich schafft Moskau es jetzt erst mal durch die Lieferung aus dem Iran, die Angriffe auf die zivile Infrastruktur vorzusetzen. Das ändert aber an der Lage im Gefechtsfeld eben selber nichts. Da sieht es so aus, als ob die Ukraine einfach durch die Lieferung aus dem Westen für das Wintermaterial im Vorteil ist. Und dazu kommt auch, dass insbesondere die USA jetzt ihre Produktion an Munition hochfahren und damit ab 2023 verstärkt die Ukraine unterstützen können. Wir sehen insgesamt, dass sich zwar die Lage durch den Winter verändert, dass aber der Krieg deswegen nicht aufhören wird. Zurzeit trifft Putin den weißrussischen Diktator Lukaschenko. Das Militär von Belarus sei einsatzbereit, hieß es heute. Rechnen Sie mit einem Angriff von Belarus auf die Ukraine? Das ist zurzeit noch relativ unwahrscheinlich. Auch deswegen, weil die belarussischen Streitkräfte auf der einen Seite kein Interesse haben oder Lukaschenko kein Interesse hat, in diesen Krieg hineingezogen zu werden. Sie auch schlecht ausgerüstet sind und schlecht ausgebildet sind. Von daher ist das zurzeit möglicherweise eher eine Art von Propagandamaschine, die hier anläuft. Von daher geht es, glaube ich, eher darum, darauf zu gucken, was im Osten und im Süden der Ukraine abläuft. Nichtsdestotrotz gilt, wir haben viele Chancen fatal in den letzten Monaten als Westen. Wir hätten die Ukraine schon längst so weit bringen können, dass sie diesen Krieg gewinnt. Die Frage ist und die Hoffnung ist, dass Deutschland und Europa in 2023 mehr tun werden. Kriege enden ja mit Sieger und Besiegten oder eben am Verhandlungstisch. Auf beides deutet gerade nichts hin. Wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Also der Verhandlungstisch und das Gefechtsfeld schließen sich nicht aus, sondern im Gegenteil, sie bedingen sich gegenseitig. Das heißt also, erst wenn auf dem Gefechtsfeld Stillstand ist, ist es überhaupt möglich zu verhandeln. Und es ist auf der politischen Ebene so, dass eigentlich die Verhandlungsmasse durch Putin immer weiter verringert worden ist. Er besteht darauf, dass die Gebiete, die er offiziell oder aus seiner Sicht annektiert hat, dass sie ihm gehören und dass die letztendlich abgegeben werden müssen. Das ist von so her schon etwas interessant, weil er die Gebiete ja gar nicht kontrolliert, sondern er verliert sie ständig weiter. Er ist also in einer sehr schlechten politischen Situation. Wenn es zu einem Friedensschluss käme, dann würde er zu Hause erklären müssen, was er gewonnen hat. Und das sehe nach sehr, sehr wenig aus seiner Sicht aus. Das heißt, für ihn ist ein schlechter Krieg besser als ein schlechter Frieden. Das war die Einschätzung des Militärexperten Christian Mölling. Vielen Dank für das Gespräch. Schöne Grüße nach Mainz.